Feldergeräusche Bosch? Ne, Walter sagt In der Tat, das bin ich Doch woher kennt ihr meinen Namen? Ihr wird uns hier begegnet? Ja, ja, wir werden uns doch begegnen Aber das ist jetzt nicht so wichtig Königin, wie ist, was ist aus ihren Plänen mit dem Meeresschrein geworden? Zack, bringt ihre Kunde Ja, die macht ihn gerade auf Ich verstehe, so sehr ist das Herz der Königin also schon vergiftet Je mehr Energie Metamorphos absorbiert, desto näher rückt Königin dem Wahnsinn Der unsterbliche Lavos, der unten auf dem Grund des Ozeans ruht Ergraft langsam aber sicher Besitz von ihrer Seele Wir müssen fliehen, das Siegel ist gebrochen Das wird den Berg zum Einschutz bringen Okay, eilt euch Okay Jetzt ist da der Klageberg Uh, die Kette reißt Mama, der Berg stützt ein Ja Ups Tschüss Achso, der bleibt da jetzt einfach und fällt runter Okay, wir haben es geschafft Lavos schlummert auf dem Meeresgrund und zehrt dort von den Kräften dieses Planeten In seine Nähe transportiert, könnte Metamorphos ihn aus seinem Schlaf erhecken Wir müssen uns beeilen, bevor es zu spät ist Ich finde immer noch Bosch sieht aus wie so ein, ähm Hier, wie die, äh Heuschrecke von Pinocchio so ein bisschen Lady Sarah ist hier Ups Wir wurden verbannen und sind wieder da Lady Sarah ist Es ist unter eurer Würde ein Ort wie diesen Setzt euch selbst nicht so herab Wir Nichtbesäte waren eins wie ihr Doch jetzt sind wir Marionetten in Lavos Das ist der einzige Unterschied zwischen uns Aber sie mag Кур cafe Was für ein schmutziger Ort Was für ein Storianus Wir leben halt in der Erde. Bosch, als der Berg jetzt sich zusammenbrach, wusste ich, dass ich euch hier finden würde. Wird euch das Verlassen des Schreins nicht in Schwierigkeiten bringen? Das ist jetzt nicht von Belang. Der Meeresschrein ist fertiggestellt. Dann ist alles verloren. Nicht alles. Ohne mich ist Metamorphos nutzlos. Ich werde diese schreckliche Apparatur kein weiteres mehr aktivieren. Ich habe die Himmelsstiege wieder geöffnet. Bitte, ihr müsst meine Mutter aufhalten. Genug dieser Schmierenkomödie. Jetzt kommt er. Erfahren wir jetzt, wer er ist? Doch nicht. Dalton, das ist der Ritter. Wäre sehr ärgerlich, wenn du die Maschine nicht aktivierst. Dalton, damit kommst du nicht durch. Hört, hört. Das Fossil kann reden. Äh, Mundwein. Ach so. Okay. So sieht das also aus. Du wirst mich zur Meeresschein begleiten. Ihr kommt bloß nicht auf dumme Gedanken. Ansonsten kann ich für die Sicherheit der Prozesse nicht garantieren. Das ist eine klare Lüge. Wer braucht die? Mister. Woo. Sam, die Wand. Die Nachkommenschaft ihrer Majestät scheint ein einziger verzogener Aufwand zu sein. Nicht so hastig, meine Freund. Ich drehe diesem Püppchen mit Freude den Hals um. Die Königin fürchte ich nicht. Ja, aber du willst doch in die Meer schreien. Komm. Lass uns aufbrechen, meine liebe Sarah. Deine Mutter erwartet dich. Hihihihi. Natürlich kann der sich teleportieren. Träumchen. Bosch, Sir. Es geht mir gut. Doch wenn wir Sarah nicht retten, droht ein großes Unheil. Wie ist das Alter zu sagen? Das schafft nicht einmal ihr, Bosch. Die Lage ist hoffnungslos. Wenn die Königin ihren Plan in die Tat umsetzt, gibt es keine Hoffnung mehr für das Leben, wie wir es kennen. Naja, ich komme aus der Zukunft. Irgendwo pendelt sich das ein. Aber ich glaube, das pendelt sich ein, weil wir das lösen, oder? Ihr würdet die Königin aufhalten? Ah. Wie großschässig von euch. Ein ums andere Mal. Moin. Immer schön, wie die Leute hier draußen hupen, zum Hallo sagen. Ein um andere Mal riskiert ihr euer Leben vor uns. Ich kenne noch nicht mal euren Namen. Alter Mann, uns mit roter Stein geholfen. Jetzt wie alter Mann helft. Bitte? Beeilung, Krono. Ja, okay, wir gehen da schon. Nehmt dies mit euch. Es ist aus dem selben roten Gestein wie Metamorphos geschaffen. Damit solltet ihr die Apparatur zerstören können. rotes Messer. Das sah ziemlich groß aus für ein Messer. Was ist denn das? Donnerschwert. Todesklaue. Da. Rotes Messer. Okay. Wir können es nicht ausrüsten. erst mal hier unten aufladen und speichern. Lass mich durch. Junge. Junge. Dann nehmen wir ihr die Kraftschale weg und geben ihr ja das verführerische Top. Sehr gut. Das hätten wir noch was. Äh, genau. Bei Magie bin ich mir immer noch unsicher ob es da Sinn macht das dem Robo zu geben für die Heilung. Ist Heilung mit Magie verbunden? Hm. Keine Ahnung. Muss ich mal eventuell googeln im Zweifel. Okay, wenn ich jetzt nochmal speak to Melchior in Guardia Castle present after attaining dann da kriegen wir Rainbow das beste Schwert für ihn. Und Moment. Die Rainbow Shellcrest edit und die Black Omen da müssen wir ähm erst hinkommen. Das okay. Die kriegt ihre Waffen ja einfach nur durchs 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 Wrong ist für Magos Ruby Ruby Armor das haben wir alles Okay. Also wir müssen mit Melchior sprechen nachdem wir Sunstone und Prism Start haben. Wir haben aber den Safe Helm genommen. Shiver Edge Nördliche Ruinen Present Willkommen zurück Gurke Hali Blade Shiver Edge Oh je viel zu viele Items Was machen Sachen Ich versuche jetzt so ein bisschen gewisse Items was heißt nicht nicht übersehen aber du kannst jetzt mit der mit der Eiler in der Truppe kannst du Gegner bestehlen und es gibt gewisse Items die du nur so bekommen kannst. Das ist alles ein bisschen kompliziert. tatsächlich ist wie mit der Fähigkeit klauen in Final Fantasy vermutlich ja da ich ja Final Fantasy noch nie gespielt habe vermute ich mal ja hier ist hier ist aber nicht den Satz auch nicht mehr lange sagen können korrekt ja gut ja gut die Kapsel will er mir nicht geben dann dann gehen wir weiter weiter frage ist können wir jetzt schon auf den schwarz vogel nö können wir nicht wasabi so gut ja ich mag sushi allgemein unabhängig von wasabi natürlich gehe ich wieder rein der letzte Vollidiot willkommen im Palast der König beim letzten Mal wurde ich nicht so begrüßt also nur Items sammeln damit der Endpost easy wird ja nicht unbedingt damit der easy wird also ich würde schon gerne zumindest für den Roboter und Krono die beste Waffe haben wollen also die beste Waffe nach dem was ich finde weil Isla hat keine Waffen die kriegt verbesserte Häuste nach gewissen Leveln und die beste Waffe für die kriegt sie bei Level 96 96 und ja so viel Grinding wollte ich dann wahrscheinlich nicht mal und die beste Rüstung für Frauen habe ich zumindest eine Beschreibung wo die wo man die herkommt herbekommt weil es gibt ein Prism Dress und ein Prism Helm davon die kriegst du bei einer Mission also da kannst du halt am Ende einer Mission kannst du wählen zwischen dem Helm und dem Dress das ist egal ich sag dir was da steht das was hier steht also am Ende einer Mission kannst du wählen zwischen drei Helmen oder einem Dress halt und der Helm da kriegst du drei Stück von und das ist der beste Helm im Spiel für alle Charaktere bis auf einen aber den spielen wir nicht deswegen ist das egal und das Dress also das Kleid quasi ist die beste Rüstung für die weiblichen Charaktere du kannst beide Gegenstände aber auch noch klauen von einem Gegner und dann werde ich die Helme nehmen kann dann meine drei Charaktere damit ausrüsten und mein das Dress dann klauen einmal Lugermann ich weiß mit auszeichnen warum darf dieser windige Prophet mit rein während ich die Wache schieben muss sollten böse mit Augen klappen ah da seid ihr bislang ließ ich euch in der Hoffnung davon kommen bislang ließ ich euch in der Hoffnung davon kommen ihr könntet diesen Propheten kompromittieren doch jetzt habt ihr keinen Nutzen mehr für mich zack echt hast Auszeichnung ja ich hab ja studiert ich hab da hinten mein äh ja mein Master Big Diplom stehen also mit Auszeichnung sterbt schön brav hört ihr aber wir sollen auch noch brav sterben glaubt nicht so erstmal schauen wir Ambrosia nehmen wir Eis ach Eisenkugel was ist das hier 1-0 oder 1-5 äh tatsächlich ähm 1-9 glaube ich glaube 1-9 was bist OAG also was das bedeutet weiß ich jetzt nicht ich betöre den nochmal vielleicht gibt es noch was du bist ja wirklich äh keine Ahnung ob ich klug bin aber einfach als wort lesen hier aber als wort das Org bin ich klug genug dafür kannst du mal aufhören die Frau die dich betöert mit einer Eisenkugel zu bewerfen ja sagte ich und kriegt selber eine ab genau perfekt ok ich will ja nichts sagen aber mit dem Angriff wird er jetzt habe ich wieder den falschen ausgewählt wird er den niemals besiegen weil es halbiert immer nur die TP meine Güte hat er viele Eisenkugeln ok ok ich glaube es gibt einmal mache ich es noch und dann ignoriere ich das oder es ist immer die selbe weil jetzt hat er noch 8 ok nochmal mit hören in der Hoffnung dass wir noch was bekommen na hast du noch ein Item für uns nö gut dann heißt es jetzt absolute Vernichtung wieso triffst du nie doch ich treffe schon nur der Satz mit der Gegner ist völlig ausgebrannt das bedeutet entweder du hast in dem Moment keinen Gegenstand bekommen oder der Gegner hat keinen Gegenstand mehr that's the problem also es ist nicht so dass man einen eindeutigen Indikator hat ob der jetzt keine Items mehr hat meint ihr das verfehlt wie Wuchtlieb und so hab ich gar nicht drauf geachtet der verfehlt doch gar nicht schau ich mal nö der trifft doch die ganze Zeit naja der hat vielleicht viel Ausweichen der Herr da oben wie viele Eisenkugeln hat der Typ dabei ohne Ende sagt wieder eine jetzt das zweite Mal naja der hat halt viel viel Tempo oder ausweichen immer wenn du wegschaust kriegst du nicht das macht auch Sinn oder ne jetzt hab ich auch verfehlt keine Ahnung was das der weicht einfach aus würde ich vermuten jetzt haben wir ein paar normale Angriffe Anzeige ist raus dann merkt ihr Anzeige muss an Dalton gehen ne ich hab ausweichen nicht ausgemacht scheiße kack ich vergesse das immer bei der Schwierigkeit auf Gegner können ich ausweichen scheiße was ist das für ein dämlicher Bosskampf kein Wunder dass da nichts weiter geht ist wie bei David Copperfield hier mit seinen Eisenkugeln dann schloddern wir Dalton mal hoch bam macht auch nicht viel Schaden das hat verfehlt Dalton ist zu fett den kann sie nicht werfen Na komm schon Na Einfach drauf der kann eh kein Damage machen ja das Problem ist der halbiert hat deine TP die ganze Zeit und ich habe keine Ahnung was passiert wenn man einen gewissen Wert erreicht wie 1 aber wir können ja mal gucken was passiert ich versuch's wir testen es mal ich werde so was passiert und jetzt macht der Schaden pass auf ich wusste es hä aber wir haben gewonnen also ist das mehr so wenn alle wenn alle zu schwach sind wenn du ihn tötest und er die Attacke macht dann hast du verloren das ist mal scheiße nein ich darf ihn nicht verlieren die Ewigkeit ist du greif nach äh äh what aha weg ist er ok ah oh gut das hätten wir da ist ein Portal da ist ein Portal der nächste bitte wir speichern nochmal und gehen mal nach links durch die Tür mal schauen was da ist hallo danke hier ist ein cool aussehender Raum und nix gut hier rechts waren die Gemächer hier ist nichts und links noch mehr nichts gut gehen wir mal durch das Portal Zoom das sieht Spacey aus oh das kann Techno-Remix hier werden einfach nochmal alles voll machen hier na äh Leon dunkle Energie durchflutet diesen Ort etwas Schreckliches steht kurz vor dem Erwachen sagte er bevor er verschwand und uns alle zum Sterben hier ließ Sarah erhöhe die Leistung von Metamorphos maximal äh nö Sarah du wagst es ungehorsam zu zeigen mach es doch selber ach welch prachtvolles Leuchten dies ist die Macht dieser habenden Lavos und sie ist zusammengebrochen wer ist der blöde Prophet ich hab das Gefühl wir kennen den heute und morgen ist A1 final was du meinst mit A1 E-Sport äh was welches hier der Gegner hat nix meinten sie rauf und runter am Radio ja aber für was ich weiß nicht dachte du weißt es vielleicht nö keinen lassen du nicht nö der hat anscheinend auch nix wer kontert jeden zauber außer ich zauber ja nicht ich hau ihm einfach mein Schwert ins Gesicht 10.000 Hertz schlaf nö der Gegner hat auch nix anscheinend alles außer Blitz nicht dass das für mich eine Rolle spielen würde zauber runenklinger Die ist dann für ihn wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, mit Blitz machen wir die Schnelltorte. Äh, sei dabei, wenn die neuen Champions in Leech of Legends, Valorant, Clash Royale und Brawl Stars. Äh. Aha. Also alles mögliche in dem Ding, irgendwo in Wien, dieses Wochenende. Ja, bei euch, in Wien. Das stimmt. Kannst ja hingehen. Oder auch nicht. Äonen-Hare-Nation. Aha. 45, 5 Magieabwehr. Joa, also. Wir verlieren Magieabwehr dadurch ein bisschen, aber dafür wesentlich mehr. Wir geben ihn ihm mal. Deswegen hab ich gratis Internet. Echt? Hier mal wieder E3-Zeug schauen. Was zur Hölle. Lapis. Ah, eins ist Telekom. Ah, okay. Wir spielen Tennis mit einem. Putzfehl. Also das rechte ist Can. Ich denke mir als ein Gegenstand ist schon schwierig. 7. 680, 16 FP, 800 Geld. Äh, so. Hier geht's also weiter. Aber was haben wir hier unten? Das sieht aus wie derselbe Raum, wie hier oben. Äh. Wer, wer, wer der Frick bist du? Ein Lapis. Der hat nix. Ja, ja. Wissen wir schon, du konterst jeden Zauber außer Licht, glaube ich, soll der sein. Oder Blitz. Dadurch, dass wir noch immer verwirrt sind, können wir keinen Zauber machen. Musik ist wieder weg. Also zumindest die, die Feiermusik. Das da sieht, dass wir irgendwie so aus, ob wir da hinkommen könnten oder was holen. Okay, also hier rundherum ist der Kram. Dann fangen wir mal links. Links oben an und wandern da unten. Nein. Habe ich an den linken angegriffen. Mist. Das macht ja keinen Schaden. Das macht ja keinen Schaden. So, Angriff, Angriff, Angriff. Sehr gut. Wirbelschweif. Coronado. Haben wir schon, ähm, Trio-Fertigkeiten. Okay, wir werden viel Geld machen, wenn wir hier Sachen verkaufen. Ach, scheiße. Blitz, halt die. Trifft einen Gegner viermal in Folge. Holy Macaroni. Das macht Schaden. Sollte mal heilen, ne? Jetzt können wir in Ruhe heilen. Medium-Trank. Medium-Trank. Sehr gut. Was haben wir hier drin? Kaiser-Schwert. Ist nochmal besser. Schön. Das Schöne ist tatsächlich, dass hier auch die... Der Pixel-Stil des Schwerts sich verändert. Ich hätte nicht nochmal hier reingehen sollen. Wee. Wee. Tausend? What? Okay. Tausend. Können wir machen. Wie viele Punkte kostet das? Vier und vier. Das ist echt nicht viel. Dafür, dass man so viel Schaden macht. Schockwelle. Kann Confuse bewirken. Ja. Schön, dass es das kann, aber... Für wen ist das? Nicht für dich. Nicht für dich. Gut, das macht keinen Sinn. Gut zu wissen, dass das Luca ist. Du... Kratzt einmal. Ach, scheiße. Ich wollte klauen. Sehr gut. Wenn man... Vergisst, was man machen wollte. Gut. Gut. Na komm schon. Sonst noch was? Sonst noch was geliefert. Die mit FP, 24 FP, 1000 G und ein Lapis. Gut. Das haben wir hier, da ist wieder ein Knopf, da passieren wunderbare Dinge. Du guckst mal, ob du von dem was bekommst. Barrieren-Sphäre. Okay, Falkenhieb funktioniert auf Gegner in einer Linie. Das ist schon mal gut zu wissen. Und da macht er jede Menge Schaden. Oh, nur ist immer noch ein Fragenzeichen Land. Gut. 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 20.000 und ein Lab ist. Wir kriegen auf jeden Fall ein paar Level rein. Ne, das wollte ich nicht. Das wollte ich machen. Äh. Und jetzt? Kaiser-Klauer. Schade. 120. Nett. Uh. Uh. Okay, was ist passiert? Irgendwas ist passiert. Wupp. Zäh. Also so kann man tatsächlich auch leveln, ne? Weil Krono ist jetzt aufgestiegen. Und braucht noch 5.700. Ionenhelm. Oder Ionenhelm. Das ist doch Ionenhelm. Zeitkappe. Ja, das macht nicht so viel mehr. Kriegst du den Ionenhelm. Easy peasy. Aber das haben wir jetzt alles gemacht, ne? Wenn der nette Streamer nicht immer in den gleichen Raum laufen würde. Oh, starke Gegner. Okay, das bedeutet, da oben waren wir. Hier waren wir, da waren wir. Hier waren wir nicht. Weil die Tür zu war. Du bist neu. Sag mal, wir tören. Ayla kann es nämlich nicht lassen. Die muss alle betören. Habe ich jetzt was damit bekommen, oder? Hä? Ne. Ach, du Scheiße. Ach, du Liebesbist. Da hat er was geblinkt, oder? Da außen? Ähm. Da kommt bestimmt mal ein Aufzug, oder? Okay. Okay. Ska. Mal alle angreifen. Power. Montag-Kombo. Amnesie. Fähigkeit nicht einsetzbar. MG-Fäuste. Also so langsam kriegen die Fähigkeiten die extrem geil klingen auf jeden Fall. Machen wir mal. Mal gucken. Klapper. Wuh. Sehr gut. 1.600 und Lapis. Ready zur Stufe aufgekriegt. Also. Wir haben glaube ich 4 Level bis jetzt hier dran gemacht. Da geht's runter und hier geht's auch nirgendwo anders hin. Gut. Weiter geht's. Na komm. Du kommst mal mit. Wenn schon, denn schon. Du betörst mal einen und du machst dafür Blitzka. Na mein Süßer. Hast du einen Gegenstand für uns? Nö. Okay. Also ist das jetzt ein Konter von einem Konter oder? Ah. Sehr gut. Wir haben nämlich die Fertigkeit und ihr steht alle genau so weit weg. Toll. Das lohnt sich ja alles nicht. Dann halt so. Das müssen wir jetzt aber getötet haben. 800 ist ein bisschen viel für so einen einfachen Gegner. Wirbelschweif. Dezahvü. Dezahvü. hat. Und noch eine neue Stufe. Man merkt einfach, wie schnell das Leveln doch geht, wenn man gegen Gegner kämpft, die auch ein gewisses Level haben. Äh, was? Einfach mal alle gleichzeitig angreifen, mit allen drei. Oder auch nicht, weil sie mich, glaube ich, davon abgehalten haben jetzt. Come on! Ach, äh, Martin, falls du mich hörst. Ist denn irgendwas Spannendes bei der E3 aktuell? Im Gegensatz zu gestern. 1.300 Tonos aufgestiegen. Was ist das? Ist einfach geschämt halt. Einfach ohne zu fragen. Äh, du kriegst Medium, du Medium und du Medium. Und Medium, Medium, Medium. Das ist schön, wenn die alle so nahe kommen, dass man alle gleichzeitig angreifen kann, ne? Das ist sehr nett von denen. Der Typ da oben darf gern kommen. Ich möchte nur schauen, ob ich was von ihm klauen kann. Da. Kommt der jetzt? Hey! Gegner her, zaubern und verschwinden? Ich glaub's ja nicht. Angst, Hase. Ach, Hallöchen. Ren. Äh, Traumstein wird schon seit Jahrhunderten verarbeitet. Metamorphos und auch euer Amulett wurden aus ihm hergestellt. Genau wie Boschs Messer. Ja. Wir verkörpern die Hoffnung Boschs, die diesem Messer inne wohnen. Beallt euch, wenn ihr die Königin, wenn ihr die Königin stellen wollt. Hoffnung ruht auf euren Schultern. Äh, kann es sein, dass aus dem Messer dann mal Grandelion gemacht wird? Ah, ich kann ihn spüren. Den Herzschlag des ewigen Lebens. Ich müsste hier mal so ein paar One-Piece-Lacher einspielen können. Was hat diese dunkle Energie zu bedeuten? Oh, oh. Da wird jemand übernommen. Metamorphos, etwas stimmt nicht mit der Apparatur. Eure Majestät, wir müssen sofort abbrechen. Äh, Unlimited Power. Zack, mein Blitzesgesicht. Mutter. Fahre fort, Sarah. Wir stehen so kurz vom Ziel. Warum kann die das nicht selber? Die ist ja auch nicht jetzt mal schwach. Bald schon ist uns Unsterblichkeit beschieden. Jeder Winkel Zülis wird in heiligem Glanz erstrahlt. Oder... Keine Ahnung, wie die Stadt ausgefunden wird. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Hi, hi, hi. Oh, wenn die Charaktere hier eins toll finden, das ist Lachen. Huh. Immer im Kreis herum. Na, komm schon. Ist okay. So, meine Freunde. Ich weiß auf jeden Fall, bei euch kriege ich... ...noch ein bisschen Zeug. ...und das. Kraftkursion. Achso. Ich dachte, da voraus wird jetzt ein Gegner. Das wäre geil gewesen. Warum ich eigentlich immer... ...warum ich jetzt bei den Gegnern diese Doppelangriffe mache, ist mir auch steuerhaft. Kriegt doch eigentlich gar nichts. Wir werden wieder Geld erhalten. Wir werden wieder Geld erhalten. Ein Glarpiston verkaufen. Sehr gut. Dein Geld. Wir speichern einmal. Ich hätte zwar, glaube ich, vorher das Geld benutzen sollen, aber egal. Ich hoffe, mindestens zwei davon. Kann man... Kann man... Kann man... Ja, okay. Also die gelben ja, die blauen nein. Warum kann ich das nicht auswählen? Dann mach halt einen Angriff. Bäm. Haben die jetzt mir so schnell ein Leben abgezogen? Eieiei. Eieiei. Noch eine Stufe für den Robo. Es ist ein Aufzug. Was zeigt denn? Wobei, wir haben ja auch... Ne, wir haben nichts. Der Aufzug, richtig. Und was ist der Aufzug? Genau wie in jedem anderen Game der letzten 50 Jahre. Ähm. Ja, ein Arena-Kampf. Das ist ja schon... Ich glaube, ein Must-Have in dem Spiel. So, Krono macht jetzt... Cut. Die betört mal den Grünen. Na, hast du was Schönes für uns? Ein Lapis. Da draußen reißt wieder einer was ab. Leider klingt das nicht. Da haben wir auch einen normalen Angriff. Ah, und Gouke. Morgen wird bei mir gegrillt. Zwar nur für einen Tag. Und nicht in Vorbereitung auf... ...ne ganze Woche. Aber es wird gegrillt. Oh, sehr, sehr geil. Ich freue mich auch drauf. Was? Boah. Kotz. Wirk. Es ist ein Arena-Kampf. Natürlich machen die noch so einen Angriff. Schmatzerchen. Ein Lapis. Bei mir gibt es Eis. Selbst gemacht oder... ...gekauftes. Und die Frage ist, meinst du morgen oder heute? Ich mach nur meine Häufchen zählen. Ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln. Aber das heißt, du hast im Supermarkt Eis gekauft. Nicht in der Eisdiele. Nicht in der Eisdiele. Boah. Gott. Mal gucken, wie viele wir damit auf einmal fertig machen können. Die Hälfte. Eislieder hätte ich 5 Minuten zu Fuß hingehen müssen. Naja. Habe dafür jetzt so anderes Eis gehabt. Ich will ja nichts sagen, aber die töten uns gerade. Ja, wollte ich aber nicht. Ist ja okay. Das Schlimme ist, ich glaube, wir müssen jetzt den ganzen Kampf nochmal machen. Ja. Da ist er tot. Ja, weil diese Magieviecher sind halt scheiße, ne? Tatsächlich. Ach, nicht das Grüne angreifen. Okay. Man sollte sich, glaube ich, heilen, bevor der dritte Kampf kommt. Da kommt einmal John weg. Der kriegt einen Blitz ab. Und... Einmal ins Kloan. Der kriegt die Kratzattacke ab. 780. Ist bewacht. So, das war Kampf 1. Kampf 2. Wir gehen wieder mit einem Blitzgar. Dann gibt es eine Kratzattacke. Der drückt gut für den Healer, ja. Also, nach dem, was ich gelesen habe, ist das aktuell die, also Krono, die Steinzeitdame und der Robo. Die drei Heavy-Hitter. Und halt die Heilung, die der Roboter hat, ist halt schon stark, muss man sagen. Und wir sind erst Level 32, ne? Also, das wird noch, das wird noch stärker. So, einmal Heilung. Wie viel haben die jetzt? 5. Okay, das heißt, sie macht, bevor irgendwas passiert, nochmal das. Und er greift nochmal an. Gut, jetzt kommt Kampf 3. Jetzt gucken wir mal. Wir machen den Tornado. Trio-Attacke. Woo! Do it. Jetzt 5. Kein Schaden. Du, du, du. Hauptsache, 2 davon oder so, die wurden geheilt dadurch. Willst du mich verkackdudeln? 2k Heal, ja, ja. Hauptsache, die stärkste Attacke, die meine Gruppe hat, nutzt nichts. Und gleichzeitig machen die gerade... Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Blitzkar rein, ja, das ist halt genauso. Das ist ja der Witz bei der Sache. Ja, Moment. Ja, ich muss erst mal wieder... Ich muss ja dazu kommen, was machen zu können. Einmal Robo heilen. Aber jetzt machen die wieder ihren Power-Attack, ja. Tot. Ja. Keine Zauber. Die Antwort ist keine Zauber. Weil... Äh... Da steht ja die Kontern. Keine Zauber. Dann machen die zwar auch Scheiß-Magie, aber halt... nicht so krank. Na komm, Robo. Komm, Robo. Der grüne Orben wird überleben. Sehr wahrscheinlich, weil der Violette noch lebt. Oder der... Welche Farbe der auch immer haben mag. Aber das sollte er nicht lange überleben. Ein Lapis. Na ihr Freunde. Wir warten wieder auf Robo. Warum nicht? Ach, war einer. Ich verstehe. Sehr gut. Der müsste jetzt tot sein. Äh... Du machst den fertig. Du greifst auch den an, falls er das überlebt. Ach, natürlich. Wenn Krono nicht gerade mal schlafen möchte. Okay. Na, 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 na. Dann macht halt erstmal die fertig. So, jetzt keine Magie. Single-Target-Magie. Die kontern die ja auch. Also habe ich. Ich muss dann jetzt nur schauen. Die roten kann ich damit angreifen. Das heißt, ich kann den damit angreifen. Dann gibt es die Kratz-Attacke gegen den Gelben. Und der Robo greift auch den Gelben an. Ist ja gut. So. Ich habe verstanden. Jetzt dürfen wir erstmal wieder eine Minute warten, bis alle Gegner irgendwas gemacht haben. Du machst Blitz auf Gelb. Du machst einmal Allheilmittel auf Robo. Denn ich möchte nicht, dass man heiler schläft. Da bin ich kein großer Freund von. Du machst einen Wuchtdieb und du machst und du machst. Ach, die ist so. Ich sehe das schon kommen, wie er mich anbrüllt bei Final Fantasy. Du musst das drücken. Du musst das drücken. Warum machst du nicht das? Warum machst du nicht das? Ich sehe das kommen. Nein, nein. Wie doch nicht. Niemals. Was würden wir doch nicht tun? Never ever bestimmt. So, mein Freund. Jetzt hier. Kriegst du die volle Breitseite. Bam. Und Bzzam. Sehr gut. Hat doch mal geklappt. Yeah. Es waren drei Kämpfe nur. Gut. Hä? Nicht? Hä, was? Okay. Alle guten Dinge sind fünf. Liebe Erdnussbutter als Eis oder auf dem Eis. Blitzt auf ihn. Ratzattacke auf dem was auch immer auf den. Und die MG-Fäuste auf ihn. Bam. Gatlingan als Eis. Erdnuss als Eis ist immer geil. Tatsächlich. Unabhängig von Erdnussbutter. Ich mag Nusseis. Walnuss ist auch geil. Pistazie habe ich noch nicht so häufig gegessen. Das beste Eis für mich ist immer noch Zitrone. Ja. Fast jedes Nusseis extrem. Extrem geil vor allen Dingen. Na mein Freund. Ich finde das sehr sehr repetitiv dass ich das jetzt nochmal machen darf. aber okay. Zitrone muss wirklich gut gemacht sein. Ja. Aber ich bin der Meinung dass das bei jedem Eis ist. Also klar Vanille-Eis ist halt so Mainstream dass ja okay. Aber generell Eis. Die Qualitätsunterschiede von Eisdiele zu Eisdiele die sind teilweise schon extrem. Und Ray ist nicht aufgestiegen. Danke Robo. Liebe. 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 Bis zum nächsten Mal.